Wir haben diesen Film gemacht, weil in der Öffentlichkeit wenig darüber bekannt ist, was Transnet BW tut. Bei der Energiewende denken viele Menschen an Windräder und an Solaranlagen, aber weniger an die Stromleitung, die es auch dringend braucht, damit der Strom dahin gelangt, wo er gebraucht wird. Wir wollten vor allem eine spannende Geschichte erzählen, die im Kern die Herausforderungen und die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen zeigt und das für ein möglichst breites Publikum und nicht nur für die Fachwelt und die Energiewende-Experten. Transnet BW betreibt das Hochspannungsnetz im Südwesten. Transnet BW ist dafür verantwortlich, dass das Stromübertragungsnetz funktionsfähig und sicher ist. Der Netzbooster hilft uns dabei, das Stromnetz zu stabilisieren und höher auszulasten. Das heißt, es kann mehr Strom über die bestehenden Leitungen transportiert werden. Wie im Film gezeigt, handelt es sich dabei tatsächlich um einen großen Batteriespeicher, der direkt an das Hochspannungsnetz angeschlossen wird. Wir haben noch viele spannende Ideen für die Mission Energiewende und je nachdem wie dieser Film vom Publikum aufgenommen wird, schauen wir dann, was wir als nächstes machen.